Jo Freunde, neue Herausforderungen für die Rift Tour und wir können wieder gratis Items bekommen. Und die erste Herausforderung ist, verwende eine Alien-Hologramm-Fläche bei Weeping Woods oder der grünen Stahlbrücke. Ich zeige mal kurz die beiden Orte. Ich bin direkt hier bei Weeping Woods. Eins ist links auf der Map, eins ist rechts auf der Map. Soht euch einfach aus, wo der Battle Bus lang fliegt. Und ja, also ich bin jetzt hier bei Weeping Woods und zwar genau hier an dieser Stelle auf der Map. Hier ist nämlich dieses Haus und dort finden wir diese Alien-Hologramm-Fläche. Und ihr müsst einfach hier runter und dann seht ihr schon eigentlich von oben, links neben dem Haus ist nämlich so ein kleines Hologramm, wie auf diesen Ellen-Schiffen. Und da gehen wir jetzt einmal kurz durch und ja, dann habt ihr die Aufgabe auch quasi schon fertig. Einfach hier rein, so sieht das Ganze aus. Einfach hier rein, dann verwandelt ihr euch so in so Blubberblasen irgendwie. Könnt auch ein bisschen springen und ja, mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Damit wäre die Aufgabe fertig. Das Ganze wie gesagt hier bei Weeping Woods, genau an dieser Stelle hier bei dem Haus. Und dann würde ich sagen, zeige ich nochmal kurz die bei der grünen Stahlbrücke. Und das Hologramm bei der grünen Stahlbrücke ist hier weiter rechts auf der Map, hier neben Corny Complex. Und das Hologramm ist auf der, äh genau, da vorne ist es. Also hier unten, ich markiere es gleich nochmal direkt für euch. So, hier das Hologramm am Ende der Stahlbrücke und ja, auch einfach hier durch und einmal hier als Ball wieder verwandeln. Zack und dann habt ihr die Aufgabe auch fertig. Und ich markiere es eben für euch, das Ganze nämlich hier rechts von Corny Complex bei der grünen Stahlbrücke. Einfach hier unten an diesem Ort, dort findet ihr dann das zweite Hologramm. Aber wie gesagt, eins sollte reichen, um die Aufgabe zu machen. Sucht euch jetzt aus von beiden und ja, das zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Video, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Video.